Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es gibt heute ein neues Video und zwar Corona. In diesem Fall trage ich zwar keine Mundschutzmasken, weil ich keine basteln kann und ich weiß auch nicht was geht. Und ja, würde sagen, let's go mit dem Video. Und ja, würde sagen, let's go mit dem Video. Und ja, würde sagen, let's go mit dem Video. Und ja, würde sagen, let's go. Let's go mit dem Video. Und ja, und es gibt dann auch gleich das nächste Corona-Video. Und zwar das da, das hat auch jemand gedreht. Ähm, äh, jetzt Just May, keine Ahnung wie die heißt. Und ja, das gibt's dann auch. Und ja, würde sagen, bis dann nachher.